Guten Morgen! Ihr seht ihr seit... Sie sind alle hier gewesen, das ist schon... Ja, das ist jetzt auch letztlich gewesen. Bill Haley kommt immer nach der Pause und ich habe Ihnen einen Überraschungsgast versprochen, der in den letzten Jahren immer da war. Er ist Zeitzeuge, ich habe die gesehen dahin vom Video in der Pause. Und er hatte Bill Haley 1976 in seiner legendären Sendung Spotlight. Ihr wisst, von wem ich spreche. Peter Rapp! Vielen Dank! Sie freuen sich nicht, dass ich noch reden kann. Dann, der Michael P. Also, jedes Jahr hat er gesagt, geh hoch und vorbei, kannst du kurz trinken, ich lade dich ernsthaft bis 6 Uhr. Wenn ich dann damit sage, geh bitte moderieren. Das ist, glaube ich, der einzige in Österreich, der den mitkriegt hat, dass ich nimmer Licht ins Dunkel mache. Aber man sollte ihn einsetzen bei der Griechenlandhilfe. Offenbar hat er ein gewisser Überregungsgab. Ich sehe einige in meinem Alter, kaum Ältere, kaum Ältere. Und versuchen den Leuten auch immer wieder klar zu machen, dass wir in den 60er Jahren mit dieser Musik, aber auch mit unserer Haartracht, die Gesellschaft verändert haben. Wir sind wirklich die Rock'n'Roll-Generation. Heute haben wir die Haare nicht mehr am Kopf, sondern sie wachsen über die Uhr raus. Aber deswegen hörst du auch nicht besser. Du schaust zwar aus wie ein Luchs, aber hörst du auch nicht besser. Heute hat er auch nicht gesagt, das gehört raus von 13, 17, haben sie ein paar Zehn, sage ich ja, 2 oder 30 Grad, ich brauche es selber. Die Jahre kommen. Uns hat man noch Schnurf genannt, wegen dem Wackeln. Wissen Sie, dass Schnurf eine Bezeichnung aus der nationalsozialistischen Zeit war? Das gehst du mehr. Und zwar waren es diejenigen, die Swing gehört haben und sind deswegen sogar verfolgt worden. Das wurde verboten. Und es waren auch einige im KZ. Und uns hat man dann später immer noch Schnurfs genannt. Gerne Blau zum Beispiel. Gammler war schön. Ja, das ist meine Lebensphilosophie. Aber heute hat mich meine Tochter begleitet, die ist 18. Und wie der hier rausgesungen hat, Why must I be a teenager in love? Hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Mortimer Schumann. Und wissen Sie wann der Hit war? 1959. Aber sie hat durch Zufall in meine Spotlights hin und gesagt, Die Jahre rollen zwar über uns drüber, aber diese Musik hält uns auch noch irgendwie jung. Und es ist hier. Und der Musik haben wir es gelernt beim Charlie Rausch, beim Dick Roy. Damals hast du nun keinen Kauf beim Schackmeyer wie in zwei Klopengasse 11. Und wenn du ins Badenzimmer gegangen bist, wer war dort? Der Bertl? Der Ali Bert. Der Zweizierlige und der Dreizierlige. Dann bist du wieder ins Wohnzimmer gegangen und wenn du auf 19 Uhr aufs Viertel Telefon gedruckt hast, weil du das schon wieder in Nachbarn umbringst. Der Kling, 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 Kling. Diesen April werden in der Hall of Fame die Tomats aufgenommen. Ich finde, es war höchste Zeit. Und wir freuen uns. Und mein Liebling, und wegen dem seine Ultimeisten, da ist der Schlagzeug. Nicht nur der Joe. Aber der Dick Richards. Mittlerweile zur Arte 88. Da habe ich noch 20 Jahre alt. Na gut, vom Hesse das hätte ich mehr gehabt. Aber letztes Jahr sagte er zu mir, er hat eine junge Freundin. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er nie über das Sternloch denkt. Aber er sagt, wieso? Meine Todes ist tot, was so ist. Die Comets! 1 8 110 fels 1 Rock and roll! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2017 Das war's für heute. Hier we go. See you later. Untertitelung. BR 2018 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 New voice. Back in 1952, Bill Haley wanted to do something to change the sound of his band. So he started looking around and he found this young boy, 17 years old, who could really wave on a saxophone. Well, he's still waving today. Here that young boy is, 78 year old, Mr. Joey D'Ambrosio. And he's at the age now that when a girl says no, he says, don't be ashamed. Dick Richards, 86 years young, folks. It's right back here on the truck. Thank you. Here we go. Here we go. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. 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 BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 I love you more today than yesterday But gonna be, gonna be, as tomorrow I love you more today than yesterday Alright, thank you Elvis Presley, Elvis Presley, the king of rock and roll, right? Elvis Presley, right? We're gonna do some Elvis Presley songs today, okay? Mitch, we're gonna sing it. Remember Ease, go there. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell Down at the end of lonely street called Arterville I've been so long I've been so long I've been so long Well, how seriously born The test weren't stressin' black They've been so long I've known these feet are never I've been so long 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Das war's. 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 Das war's.